Inhaltlich geht es in dieser Lektion um eine strukturierte Herangehensweise bei der Rhythmusanalyse in Akutsituationen. Hierbei wird das sogenannte Sechs-Punkte-Schema vorgestellt, welches vom European Research Citation Council, kurz ERC, empfohlen wird. Die sechs richtigen und somit die Inhalte dieser Lektion sind elektrische Kammeraktion, ventrikuläre Frequenz, QRS-Dauer, Regelmäßigkeit, elektrische Vorhofaktion und die Vorhof-Kammer-Kopplung. Diese Lektion ist recht umfangreich und deshalb auch für Sie ungewohnt lang. Da es jedoch ungünstig ist, einen strukturierten Ablauf in mehrere Lektionen zu unterteilen, haben wir hier auf eine Trennung verzichtet. Kennen Sie eigentlich noch Herrn Weber? Zum Einstieg in diese Lerneinheit knüpfen wir einen klinischen Fall aus der vorherigen Lektion zu den technischen Grundlagen des EKG an. Ein Patient stellte sich mit wiederholt auftretenden Phasen von Palpitationen bei Ihnen vor. Während das initiale EKG bei Aufnahme einen normofrequenten Rhythmus zeigte, kam es im Verlauf zu einer Veränderung. Nachdem Sie den klinisch noch stabilen Zustand des Patienten festgestellt hatten, wollten Sie sich Klarheit über das vorliegende Rhythmusbild verschaffen. Hierfür haben Sie einen Rhythmusstreifen angefertigt und sich zur besseren Beurteilbarkeit der Abschnitte für eine Schreibgeschwindigkeit von 50 mm pro Sekunde entschieden. Startschuss Untersuchen Sie den dargestellten EKG-Streifen in Hinblick auf die dargestellten Fragen nach Vorhofaktivität, dem Vorhandensein von P-Wellen sowie deren identischer Morphologie und Regelmäßigkeit. Sie können dabei jede Frage entweder mit Ja, Nein oder, wenn eine Beurteilung nicht möglich ist, ohne Auswahl beantworten. Klicken Sie anschließend auf den Button unten rechts, um fortzufahren. Da haben Sie leider teilweise daneben gelegen. Um alle Missverständnisse zu beseitigen, folgt hier nochmals die Erklärung in aller Ausführlichkeit. Der Streifen zeigt ein Musterbeispiel einer physiologischen Vorhoferregung. In den Abschnitten zwischen T-Wellen und Kammerkomplexen lassen sich deutlich elektrische Aktionen erkennen. Diese zeigen einzeln abgrenzbare P-Wellen, welche über den gesamten Streifen eine sehr einheitliche Morphologie zeigen. Durch den Einsatz des Zirkels bestätigt sich der augenscheinliche Verdacht auf Regelmäßigkeit der P-Wellen, womit hier tatsächlich ein absoluter Normalbefund vorliegt.